System... Was? Was? Was ist das denn? Wollen wir noch entschießen? Das ist ein anderes Schiff. Krap, hab ich da reingefahren. Das ist ein anderes Schiff. Kann man irgendwas machen? Läuft. Ich kann nichts hier schießen. Dann drücke ich mal M. Lol. Und jetzt? Hm. Das ist ein anderes Schiff. Der ist unbekannt. Wollen wir da mal hin? Lol. Das ist ein blauer Planet, oder? Und da hin? Ich fahre mal kurz langsam. Ist das ein blauer Planet? Das ist ein blauer. Das ist ein blauer Planet. 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 Das ist nicht erwartet. Aber das macht mir Spaß. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Nählen aufrufe. Ich weiß. Treibstoff der geht aber auch ganz schön zunächtig noch eine Minute dass man schießen kann das heißt dass man etwas gegen etwas kämpfen kann aber einfach nicht vielleicht fällt der Ballett richtig groß da muss man drauf achten schnelle Kursflüge das ist ein Wasserplanet ja ja bist du sicher habe ich gerade gemacht abschreiben ist es gut dass ich brenne vielleicht immer wieder einen Schaden dadurch nicht wie lande ich jetzt hallo hier oben rein auf ziehe ich wächter minimal Fiora nicht existent das ist vor einer wenig also perfekt gelandet Triebwerk gleich einmal rein in die Erde wenig ist einer hier ja ja die mobben mich ich wollte nicht da hinten landen ich wollte nicht da hinten landen ja also er sah von oben blau aus guck mal da ist Wasser der fack so geht das euer entdeckung das 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 der der muss er ja der ist ja aufgerüben Eli das iniz grün alles. Vielleicht war es nacht, als ich angeflogen bin. Strahlungsschutz stabilisiert sich. Giftig erlernt, okay. Mein Reisemord ansteuert. Basler, du bist ein Förder. Ich glaube, wenn hier nicht viel ist, dann fliegt ihr sofort weiter, oder? Was ist das? Ich glaube, was sagt ihr eher? Das ist Technologie. Da passen wir einmal, ne? Wir haben ja ein Raumschiff. 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 Tschüss. Bei Inksi würde ich nicht ins Wasser, wenn da irgendein Tier lauert, ne, dann gehe ich aber ab, du. Pitschpatsch. 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 Hm. Uh. Pitschpatsch. 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 Ach, jetzt kommst du auf einmal an hier, oder was? Noch einer? Ne. Ein schwebender Stein. Da war alles mit jetzt. Ich bin dauernd. Hast du mich gesehen? Ich bin dauernd.